Was ist die Körperschaftssteuer? Was ist die Körperschaftssteuer? Auch hier wieder. Ich diesen Weg. Körperschaftssteuer ist die Einkommenssteuer. Der juristischen Personen. Also zum Beispiel eine GmbH. Das ist eine juristische Person. Das heißt, die GmbH hat eine eigene Rechtspersönlichkeit. Sie kann unter ihrem Namen klagen und verklagt werden. Genauso wie die AG. Das ist ein künstlicher Mensch. Und dieser künstliche Mensch zahlt auch Steuern. Und zwar Steuern auf den Gewinn sozusagen. Und die heißt dann eben nicht Einkommenssteuer, sondern diese Steuer heißt dann Körperschaftssteuer. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.